Alter, wie viele Typen sind da? Wie viele Typen sind da Leute? Das ist einfach, das ist eine Massenversammlung. So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Splatoon 2 im Heldenmodus. Wir machen weiter in Welt 3 mit dem Level Jäger und Gejagte und ich hoffe, dass ich der Jäger sein darf und nicht der Gejagte, denn ich mag es nicht, wenn ich gejagt werde, das ist dann voll böse und so und okay, ich darf wenigstens wieder eine vernünftige Waffe benutzen. Danke, Arti. Der hat mir ja auch schon ziemlich oft behinderte Waffen gegeben, so wie den Eimer oder hier dieses komische Zielding und so, wo man nur so langsam schießen konnte. Ich weiß nicht, wie die Waffe heißt. Ich bin zu blöd dafür, sorry. Oh Mann, was bist du für ein Typ? Alter, wo gehst du hin? Komm her, muss ich dich verfolgen? Ey, der Typ, der sieht ja mal mega lustig aus. Okay, ich glaube, ich bin wirklich der Jäger und er ist der Gejagte, ne? Komm her. Ey, der sieht ja einfach mal mega witzig aus. Ohne Spaß. Okay, das ist, glaube ich, das kann wieder ein richtig geiles Level werden. Was auch ein bisschen auf Speed aufbaut, ne? Das gefällt mir natürlich. Als derber Speedrunner. Auch wenn ich jetzt kein Weltrekord Speedrunner bin, aber ich bin ein derber Speedrunner, okay? Lass mich in Ruhe und derbe Speedruns machen und so. Alles klar. So. Wo versteckst denn du dich? Kannst dich nicht verstecken. Du stirbst jetzt einfach. Ha? Okay, und von ihm muss ich mir immer den Schlüssel abholen. Alles klar. Gibt es hier sonst noch was? Ich weiß nicht. Ich glaube, wenn ich hier so auf Turbo lang renne, da verpasse ich doch bestimmt einiges, oder? Ich weiß es nicht, aber ich habe jetzt spontan auf jeden Fall nichts gesehen. Deshalb würde ich sagen, weiter geht's. Dann jagen wir einfach wieder den Typ. Also wirklich, mega geiles Levelsystem. Das gefällt mir ziemlich gut, muss ich schon sagen. So. Wo ist denn der Typ? Da bist du. Ich wollte dich töten. Einfach töten. Was? Jetzt sind da mehrere, oder was? Kann ich hier Bomben rüberschmeißen? Oh nein. Okay, ich glaube, ich muss selber rüberspringen, sonst reicht es nicht ganz. Äh, okay. Komm her. Komm her. Ja, ich bin nicht so schnell, leider. Wie kann ich denn? Muss ich den den Weg abschneiden? Warte mal. Ich glaube, ich muss den so ein bisschen den Weg abschneiden. Ah, shit. Shit, warte. Wenn ich hier rüber gehe, dann kann ich hier wieder rüber. Warte, warte. So. Ah, scheiße. Ich bin zu dumm. Ich bin zu dumm. So, hier rüber. Und dann gehen die in die andere Richtung. Ah, warum falle ich denn da runter? Okay, ich glaube, ich muss das wirklich mit den Bomben machen. Ich glaube, ohne die Bomben bringt mir das relativ wenig alles. Oh nein. Kommt jetzt doch mal her. Wie treffe ich euch denn? So. Eins. Komm her. Und der zweite Typ noch. Okay. Einfach nur vorsichtig schießen. Dann klappt das schon. Dann klappt das schon. So, komm her. Ah. Ich will dich auch abknallen. Ich weiß zwar nicht, was du mir gibst. Weil ich meinen Schlüssel schon habe. Aber ich will dich trotzdem abknallen. Komm her. Ey, komm. Typ. Der ist schon ganz blau im Gesicht und stirbt einfach nicht. Ehrenlos. Wie kannst du nur nicht sterben? Das finde ich nicht in Ordnung von dir. Mensch. Nee, aber mega lustiges Level. Wirklich. Finde ich geil. Muss ich schon sagen. Finde ich echt mega unterhaltsam, dieses Level. Mit dem Jagen. Muss ich schon sagen. So, was gibt es hier? Oh. Hier gibt es einen unnötigen Zettel. Yay. Die mag ich natürlich am liebsten. Die unnötigen Zettel. Die sind so toll immer. Muss ich schon einfach dazu sagen. Die sind so hilfreich. Für absolut gar nichts. So. Alles klar. Du bist tot. Nein, ich wollte mich noch umsehen. Nein. Scheiße. Ich wollte mich noch umsehen. Ich wusste nicht, dass da so eine Schiene rauskommt. Oh Mann. Ist ja traurig, ey. Es ist traurig. Mann. Dann will man sich einmal umsehen. Und dann wird daraus nichts. Mann. Richtig schade, ey. Das gibt es doch nicht. So. Ist da auch wieder ein derber Typ? Da ist wieder ein derber Typ. Der will wohl wieder gejagt werden. Hm. Willst du gejagt werden? Komm her. Ich werde gejagt. Scheiße. Komm her, Typ. Typ. Komm her. Jawohl. Dich habe ich besiegt. Und jetzt zahle ich es euch noch heim. Jawohl. Was gibt es hier? Eine Thunfischdose. Auch nice. Und sonst gibt es hier irgendwo noch was. Nochmal einen Tod. Wow. Das war richtig dumm von mir. Diesmal nicht. Oh Mann. Das war gerade aber auch der übelst dumme Tod. Das war so dieses andere dumm, Leute. Einfach dieses andere dumm. Dieses Manuel dumm einfach. So. Jetzt weiß ich, dass es hier eine Schiene gibt. Warum ist hier so eine Zwischenplattform? Die ist doch auch unnötig, oder? Hä? Also manchmal verstehe ich das Game Design nicht. Das Game Design. Grüße gehen raus an. Wie hieß er denn? Scheiße. Ähm, ähm. Wie hieß der Typ? Der Game Design Typ, Leute. Wie hieß der, Mensch? Aber der ist mega cool. Den kennt ihr doch bestimmt auch. Schem Tag hieß der. So, jetzt. Mein Gott. Warum? Warum habe ich denn manchmal solche Probleme mit Namen? Das ist ja schlimm. So, und was ist hier wieder? Hier sind so tausend Wege in so tausend verschiedene Richtungen. Okay. Ich weiß nicht, wo es weiter geht. Okay. Hier geht es weiter. So, das ist, äh, ja. Das ist natürlich offensichtlich, wenn da quasi diese Kuppel ist, die ich mir quasi erst noch öffnen muss. So, und dann. Ah, dann wird hier der Typ wieder verfolgt. Da rentiert der Typ weg. Okay. Ah, und es geht hier im Kreis. Alles klar. Was ist denn da unten? Was ist da unten, ey? Ich habe keine Ahnung. Das ist so ein Bonus-Typ. Der hat die Schriftrolle. Okay. Alles klar. Ah, da hätte ich mich von oben da durchfallen lassen können. Ah, ja, dann mache ich das doch einfach mal. Weil ich möchte natürlich noch die Onion Wings mitnehmen. Die sind ja auch ziemlich nice. So, und dann dich noch wegböllern. Und dann einfach weggeflankt. Geile Sache, das. So, Checkpoint. Und dann möchte ich hier wieder eine Bombe hin platzieren. Okay, ihr wundert euch. So, komm her. Komm her. Ah, lass mich an deiner Scheibe vorbei. Und du noch weg. So, jawohl. Auch richtig geil, oh. Und du fetzt mich weg. Dankeschön. Willst du eine Bombe fressen? Ha, tot. Ich sollte die Bomben manchmal, glaube ich, echt mehr einsetzen, habe ich so das Gefühl, ne? Da habe ich echt so das Gefühl, dass ich manchmal die Bomben zu wenig einsetze. Würde ich schon sagen, oder? Alter, wie viele Typen sind da? Wie viele Typen sind da, Leute? Das ist einfach, das ist eine Massenversammlung. Das ist gerade gar nicht erlaubt. So viele Typen auf einem Haufen. Das ist ja, ist ja heiß. Okay, aber ich habe den Schlüssel. Was bringt es mir denn, wenn ich die anderen Typen noch besiege? Bringt mir das noch irgendwas? Hat vielleicht noch irgendwer den Fisch oder so? Das könnte natürlich auch sein. Das könnte natürlich auch sein. So, ich knall euch einfach mal alle ab mit meiner Spezialwaffe. So, jawohl. Okay, ein paar habe ich, glaube ich, besiegt. Das ist natürlich auch fresh. So. Ich möchte euch mal von oben wegflanken. Hier, kommt mal. Hauft mal hier rüber. Jawohl. Da läuft einer weg. Kommst du her? Kommst du her? Typ. Nein, der kommt nicht her. Typ, wo bist du? Was läuft denn der wieder zurück? Ei, kommt her. Okay. Ich habe gar nicht den richtigen Schlüssel erwischt. Ich habe den Schlüssel für den Fisch erwischt. Okay, jetzt habe ich den richtigen Schlüssel, ne? Nice. Und das dürfte ja auch der Schlüssel sein, der mich weiterbringt, ne? Jawohl. Bringt's auch. Aber ich möchte gern noch die Typen besiegen. Wie besiege ich euch denn am besten? Komm her. Und du auch noch. Holy shit. Das ist einfach die Verfolgungsjagd des Todes. Das gibt's ja gar nicht. Kann der jetzt mal sterben? Kann der jetzt mal sterben? Ah, der ist doch schon fast tot, ey. Oh Mann. Der war schon fast tot. Jetzt hat er sich wieder regeneriert quasi. Oh nein. Komm her. Jawohl. Der hat mir absolut nichts gebracht. Und was bringt mir der letzte Typ? Einer ist noch da. Jawohl. Einer ist noch da. Und der bringt mir auch nichts. Schade. Aber ich hätte da jetzt schon irgendwie erwartet, dass man wenigstens einen kleinen Bonus kriegt oder so. Eine Tintenfischdose oder so. Okay. Das ist natürlich sehr schade, dass man da nichts kriegt. Aber ist in Ordnung, ne? Muss ich ja wohl anscheinend akzeptieren, ne? Und Leute, dann würde ich aber sagen, dass es das vom Part gewesen sein soll. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich wie immer über ein Like, Abo oder Kommentar freuen. Und ansonsten danke ich mal wieder fürs Zuschauen. Und tschüss.